so schuster macht gute arbeit geschirr ist auch da der spärmacher ist fertig und damit wir unsere siedlung eigentlich fertig soweit du hast steinmetz erfunden das ist auch gut erfahrung kann trainiert werden sie hat hunger und dann ist mal was und da solltest du jetzt auch langsam war anfangen mit dem kochen na gut schlaf erstmal eine runde so sperr macherei ist fertig gut das heißt ich kann die erste straße bauen nämlich von der bäckerei hoch zum hauptgebäude aber hier wäre auch noch jede menge stein aber unser stein na gut der stein jetzt könnte den stein vielleicht noch erreichen ja teilweise hier unten ist aber auch jede menge stein eigentlich und hier liegen auch noch ein paar steine rum auf denen er umhacken kann und einfach einsammeln so du hast schuster gefunden gut und nahrung wird schon eingelagert wie sieht es bei dir denn aus schön dass du gegessen hast wie wärs wenn du mal kochen würdest er möchte gerne kochen hast aber keine nahrung dabei dabei warst du direkt neben der bäckerei und ja er benutzt lieber den weg da oben um nahrung zu einzulagern so tun wir auch gleich mal die bauerei anschließen so du bist erwachsen das heißt du heiratest gleich mal helga ziehst mir die hier ein und dann wirst du zum braumeister gut weizen wird langsam kein problem mehr mir denke ich auch nicht ja becker und träger und dann würde ich sagen schließen wir auch gleich mal den steinmetz und die schule an unsere straßen an so träger hast du gelernt sie ist da ein arbeitest hier gut ja unser jäger kann bald wieder jagen gehen immer noch kein platz für eine möbelwerkstatt leider wir warten bis er die werkzeugschreinerei voll mit holz hat so er bringt fleißig steine das ist gut ja nahrung wird eingelagert das ist auch gut so und helga kriegt jetzt mal den letzten wikinger den wir noch brauchen nämlich einen träger für das hauptlager der später dann händler wird möbel und öl werden benötigt naja öl braucht nur der bierbrauer der ist nämlich der einzige der religion was mit religion am hut hat oder brauchst du auch religion ne du brauchst sogar nur nahrung und schlaf so unser müller kann trainiert werden einer unserer farmer kann trainiert werden mal die geht es noch mit der nahrung so das bier wird hergestellt das ist gut das könnte aber das erste mal sein dass uns wasser am brunnen wobei es hält sich noch gut ja ich bin halt nur froh dass jetzt nahrung im großen stil eingelagert wird sogar hier sieht es mit der nahrung sehr gut aus und der weizen wird reif das ist auch sehr schön und du kannst jetzt speere herstellen ja werkzeug schreinerei steht schon seit einer weile leer oh du du musst jagen jetzt tepferei steht leer aber das ist nicht so schlimm tötest du jetzt das kaninchen oder nein du sammelst erstmal den kadaver auf ok jetzt gehst du das kaninchen jagen oder irgendein kaninchen bierbrauer ist gefunden sehr gut bierbrauer muss beten bierbrauer 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 ja die sind auf neutral ich setze mich sogar auf freundlich für sie du hast schon speermacher von sehr gut ja die spiere werden mal wieder am nächsten brauchen du bist schon zehn jahre alt wäre schön wenn wir dazu kriegen würden dann speere aus der speermacherei zu holen hauptsächlich du kannst trainiert werden gut so wir können weiter straßen bauen ja das sollte gut sein vielleicht auch eine straße zum brunnen bauen ja so halber so du bist erwachsen ist die schule sie sind dieses wohnhaus sein so hinter der farm dann können sie das gebiet vor der farm als farmgebiet benutzen dann warten wir erst mal wieder ja du wirst träger wenn ich hier auf zehn stelle und dich da arbeiten lasse du hast erstmal schuhe das ist okay jetzt guckt euch mal an wie voll unsere jäger mit leder und nahrung ist das ist doch mal schön zu sehen bier kommt jetzt auch rein damit wir frieden schließen können nahrung kommt rein alles kommt rein sehr gut und was transportierst du sucht nahrung ok welche auf wunschmenge zehn stelle suchst du immer noch nahrung wenn ich dein gebiet nach da oben setze ich verstehe wunsch 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 wunsch